ja moh moh leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von fallout 76 jetzt ohne power rüstung ich hatte gerade noch ein paar problemchen und zwar habe ich die aufnahme wollte ich gerade die aufnahme starten auch das safe und dann schwirrten da plötzlich so wird die birds durch die gegend und haben einfach einen heidenlärm gemacht und ich weiß dass wir gleich lesen müssen und dann habe ich erstmal gewartet ich habe 20 minuten gewartet die sind nicht weg geflogen also bin ich raus und habe sie abgeschossen so cool space invaders liebes zukünftiges ich falls du dich mal wieder besäufst und alles vergisst das ist dein passwort space invaders nehme ich alles mit nein ich gebe die patronen wieder und alles mitnehmen wieso ist da so viel drinnen geht mir alles her was ist was ist denn da alles drinnen ist mir egal so naja jedenfalls habe ich die birding birds dann abgeschossen und kurz darauf ich hoffe die sind weg ja waren hier diese diese flugfiecher das namen ich immer wieder vergesse brandbestien wieder zwei stück noch so hießen die und ich frage mich ob wir das hier uns angehört haben es ist erledigt ich habe den übertragung sequencer zerstört damit niemand die maschinen aus der ferne umkonfigurieren kann außerdem habe ich auf den update terminals in der ganzen anlage software fehler eingebaut die einzige maschine die noch updates erstellen kann befindet sich jetzt in meinem büro ich habe mein terminal gesperrt und einen kleinen zusatz für die markenzugang software des gebäudes geschrieben um zu verhindern dass jemand mit einer anderen marke als meiner das büro betritt sie werden keine hilfe von irgendjemand anderem erhalten können nur ich werde die mittel haben um sie zu erlösen schon bald werden sie aus ihren elfenbeintörmen hinabsteigen und mich an betteln es aufhören zu lassen und wenn das geschieht werde ich jeden von ihnen meinen eignungsbericht anwohnerbewerbung ausfüllen lassen danach werde ich jeden einzelnen von ihnen ablehnen mal sehen wie ihnen das gefällt wenn man beurteilt wird wenn man ausgesperrt in der kälte steht ich verstehe der dude wollte die stadt die haben gesagt nö du bist verrückt geh weg und ja das war es cool wir haben doch jetzt das passwort das müssen wir jetzt nicht knacken oder ist dein fucking ernst das kann doch jetzt nicht dein ernst sein wir laufen jetzt dagegen ist mir egal ich warte bis gleich okay ich habe kurz weggeklickt aber wir können jetzt jetzt können wir direkt gegen so versuche zurück gesetzt ich liebe dieses spiel aber es ist so schön wie viele dieses spiel ist fantastisch es macht einfach so viel sinn das ganze so die haben vier versuche sind drei wörter so prüwort eigentum ich gewähre niemanden das recht sich den inhalt dieses geräts anzuschauen für den zugriff auf diese maschinen wird eine vollmacht benötigt auch selbst steuerung hat verschlüsselte nachricht 24 der 4 77 wo zum teufel sind sie ich weiß wie verrückt es auf der welt zu geht aber wir brauchen sie hier bitte wenn sie das lesen sie lesen melden sie sich hier ist kilometerweit der sicherste ort auf jeden fall sicherer als in der rostigen blechdose die sie ihr zuhause nennen in vertogar ist was gehörig schief gelaufen alle roboter sind außer betrieb gegangen oder falls man diesen ungeheuerlichen berichten glauben kann durchgedreht und töten die leute es sind nicht nur unsere bots sondern alle irgendwas stimmt also mit den allgemeinen steuerprotokollen nicht wir schaffen es aber nicht zur früheren aktualisierung zurückzukehren sie sind unser bester programmierer verdammt sie haben sogar den großteil der steuerprotokolle selbst geschrieben wir brauchen sie ich habe versucht in ihr büro zu gelangen um irgendwas nützliches ab ihrem terminal zu finden aber die id marken funktionieren nicht die it abteilung meinte irgendwas wäre kaputt und wir würden nur mit ihrer marke reinkommen keine ahnung warum sie das system nicht einfach überbrücken können die it leute von ropko die besten und hellsten köpfe der branche also kommen sie einfach her falls es möglich ist falls nicht dann passen sie auf sich auf hey what okay zwölfter zweiter 77 ich glaube wir müssen von unten anfangen ich hasse das wie manchmal fängt man oben an manchmal fängt man unten an wie fester einigt euch es ist los mit euch okay ich habe über das was du heute nacht gesagt hast nachgedacht ich bin dabei aber wir brauchen einen besseren namen das wird niemanden interessieren wenn es so aussieht als wären das nur wir drei wir brauchen einen namen der wie eine richtige bewegung klingt wie findest du die volkspartei für ein freies wetter gar frei sowie in freiheit wer will das nicht und volk weil es zeit ist dass wir das volk uns gegen diese verdammten roboter erheben die alles übernehmen unsere partei weil wir eine legitime macht sind und wissen wie man sich organisiert außerdem wissen wir wie man party macht so wie heute nacht ich hatte ja gar keine ahnung dass du so tanzen kannst erinnere mich daran dich öfters mal betrunken zu machen war wahrscheinlich nicht so die geilste idee 15.01.77 tut mir leid man ich weiß dass du kiev unbedingt dabei haben wolltest aber man kann ihm nicht trauen noch nicht er mag ja mit unseren prinzipien übereinstimmen aber er hat nicht den mumm für das was passieren muss zumindest jetzt noch nicht sobald es mit der partei losgeht sobald wir etwas vorweisen können dann vielleicht aber bis dahin ist er eher eine last als eine berecherung vielleicht denkst du ja nochmal über dieses ganze das ist eine demokratie ding nach verschlüsselte datei ach und das hat er ausgedruckt 12.02.77 ist in ordnung ein bisschen langatmig aber das passt schon trotzdem klingt volkspartei für meinen geschmack etwas zu kommunistisch aber wir haben abgestimmt und ich glaube auch weiterhin an die demokratie von daher sollen die auf der arbeit ausgedruckt werden oder muss ich mir irgendwo anders druckerfarbe besorgen na und da kommt der scheiß ok der typ hat also die roboter manipuliert aber was hat das mit den bomben zu tun da ist die brandbestie ach jetzt wo ich sie sehe erinnere ich mich an den namen und da ist die andere ja ich bin umzingelt geilo so ok gehen wir als nächstes da hin ich wollte eigentlich wollte ich ja noch hier die party hier mitmachen aber naja ich habe dinge zu erledigen kannst du dich woanders rumschwirren please und das rasch steht hier irgendwie aber extrem das ist doch nicht dein scheiß ernst dass du hier rumfliegst kein problem ich habe zeit ah herrlich guckt euch das an ich dachte schon die brandbestie wäre hinter mir her das ding hat nicht mal wände wieso soll ich die tür knacken kann bestimmt auch hinter das haus laufen aber 100 pro aber ich will ja durchs haus damit der brandbestie entkommen kann wohin jetzt abbruchreif das haben sie behauptet 5 generationen haben hier in diesem haus gelebt und nun will die regierung meine regierung es uns wegnehmen ich fragte den agent was sie damit vorhaben und weißt du was er gesagt hat ich soll einfach eine wohnung in watoga kaufen soll das nicht die stadt der zukunft sein dann hat er mich angegrinst und gelacht wir werden ja sehen wer zuletzt lacht wenn sie mich hier raus teilen müssen für munition hat sich auf jeden fall gesorgt ey der schwirrt jetzt hier über mir rum ok wir können doch nichts durchs raus wir müssen irgendwie an dem viech vorbei seiko gibt mir drogen mehr drogen muss richtig alkoholabhängig werden und drogenabhängig und von allem abhängig ich weiß nur nicht ob man irgendwann wieder quasi ausnüchtert oder ob man ein heilmittel braucht dafür hau doch ab man eine werkbank nein schade aber lose schrauben die nehm ich auch oh ja alkohol alkohol ist immer gut haben wir noch nix ich glaub er ist weg nein ich höre ihn noch so er fliegt jetzt natürlich genau zur butze wo wir hin müssen ne es war ja wieder mal klar das sind doch die gegen die wir sowieso schon mal gekämpft haben ha verdaute glibber mhm lecker verzieh dich halt mal dass die keine anderen hobbys haben als mich zu nerven weißt du der fliegt doch immer darum wo ich bin eines tages one shot ich die viecher lock ihn nicht an man lock ihn nicht an das ist keine gute idee habt ihr gesehen der hat auf ihn gezielt da ist noch ein dritter der verfolgt mich einfach nein zu gott ja ihr seid die idioten ich verzieh mich lenkt ihn ab ist mir egal ich war das nicht mit beste waffe ever ich liebe diese waffe wieso greifst du die super mutant nicht an der verliebt ja nicht mein leben keine ahnung warum die das machen ist mir egal mir ist der loot jetzt momentan egal oh loot ok gehen wir weiter ja ich glaube wir können uns sogar jetzt ein bisschen behalten er ist ja abgelenkt ach ich kann ja nicht laufen ich kann jetzt meine kleidung nicht anziehen das genau obwohl wer zieht dich bloß junge ok ok ich habe die federung jetzt zusammen ich habe nämlich zwei eingesammelt als ich gewartet habe in dem raum waren nämlich zwei wenn wir jetzt noch eine waffen bank den gins kirchens finden dann kann ich das ganze reparieren ohne probleme ohne probleme ist das so eine art geheimgang hier ist bestimmt ja level 15 was ist denn hier los ey bewegen die sind ja alle über level 60 am arsch ok hier haben wir eine magnet schwebebahn wo ich glaube nicht dass die uns irgendwo hinführt wir können hier wahrscheinlich nur einmal kurz ein bisschen rumstampfen ein paar h-klammern klauen sein essen klauen vor dem mittagessen dass er wahrscheinlich schon 20 Jahre drin liegt aber hey leguan am spieß ist natürlich immer noch gut so wie der typ hier mit der mütze bloße federung ich danke und wie man so sterben kann ist mir auch eigentlich ziemlich äh sind befreit weil im endeffekt entweder hältst du dich fest und zerrst dich dann hoch oder du stirbst deine muskulatur lässt nach und du rutsch drunter kann doch nicht da nicht hängen bleiben wir sind hier los wo sind wir hier bei x-faktor oder was so da warten wir natürlich nicht lang ich werde hier einfach runterspringen springen super mutis auf welchem level ach 22 ach ja ja ich vergaß aber egal die sind ja nicht im hohen level also das geht noch das nehme ich ja nicht mit ich danke nice der kämpfe der kämpfe immer nach hinten plötzlicher nebel ok wer ist leuchtet denn da ach so nichts großartiges ok gehen wir einfach mal rein hoffen dass da eine waffen werkbank ist und dann reparieren wir unser zeugs gedöhnt ist da ein roboter im rollstuhl der radio hört warum warum braucht ein rollstuhl denn rollstuhl ein roboter warum braucht ein roboter ein rollstuhl so ich gehe jetzt einfach mal hier in den fahrstuhl ich glaube das ist die beste idee ja ich habe was im auge hilfe kann ich kämpfen waffenwerkbank hauen kaputt machen töten ja drehen wir nicht durch ich komme ja schon diesem wunsch werde ich dir natürlich nicht entwehren so lustig hä wir quatschen da ich dachte das wäre der ghoul aber dann ist mir gefallen der ghoul kann nicht quatschen und jetzt bin ich verwirrt ist der vielleicht hier drin na gut wir nutzen mal die chance ja ich will aussteigen dankeschön so äh umschalten freischaltbares umschalten was check ich nicht passiert nichts so ich möchte reparieren ähm ähm der sieht noch gut aus ne eh der muss noch nicht repariert werden ey der ist aber noch heil egal so und dann dieses lasergewehr ist ab stufe 45 ah ja so behaupte ich noch etwas nö ne ja gut dann gehen wir mal wieder hier rein sehr schön sehr schön Sniper ist auch soweit ready ach hier war einer koch dann machen wir das hier auch nochmal vielleicht können wir jetzt ein bisschen stärker raufpumpen jetzt geht er raus so das war der tor so ne mit er erzählt uns natürlich die federung ja aber vielleicht finden wir hier noch zwei federungen es ist ja nicht so abwegig ist ne also das könnt ihr hinhauen auf jeden Fall zahnräder zahnräder schrauben whatever oh da haben wir Nummer eins ich weiß nicht was du mir bringst aber ich nehme dich mal mit Schallplatten wissen wir von follow shelter ist immer gut ich wurde gesehen da versteckt er sich einfach die kleine pottsau ja komm her warst du doch die ganze zeit beim ghoul ne da war eine station weiter irgendwas ist noch hinter mir her ah da hä ernsthaft warst du die ganze zeit da war hier auch eine paar rüstungsstation okay da ist alles gut ich habe schon gedacht dass ich blöd bin ich verstecken sie hier alle die schweine so ein klemmbrett wär noch nice da haben wir es schon perfekt ich nehme den hier noch mit jetzt haben wir da günstiger wunderkleber ein bisschen geld nehme ich auch und dann geben wir uns ein bisschen stärke so kurz verschrotten alles zack wachbord helm freigeschaltet hatten wir nicht schon immer ein wachbord helm hätte ich schwören können oder haben wir jetzt ein wachbord helm für die power rüstung nö ja gut sehr schön jetzt haben wir noch ein mod dafür und nun sind wir noch stärker und können noch mehr tragen wie viel können wir jetzt tragen 315 hier sind ich gerade wenig ich weiß nicht wo hier noch jemand ist aber diese person sieht mich gerade so langweilig weiß wo du bist gleich ist dir nicht mehr langweilig ja gut hätte mehr schaden sein können aber ich habe mich dagegen entschieden ich wollte jetzt nicht oh ich glaube und die kommt ich wollte ihn jetzt nicht so sehr überraschen er sollte noch ein bisschen von seinem leben genießen ach katze macht wieder stress Gott ich glaube das mit meinem auge war er auch ernsthaft jungs oh ich hätte vorher nachladen sollen hihihi und da kuscheln sie da in der Ecke als wenn ich das nicht merken würde ich glaube hier ist alles ein bisschen verbuggt bist du hier drin? Mr. Buckmaster 3000 irgendwo läuft hier noch ein Hundi durch die Gegend oder vielleicht oder unter mir ich weiß es nicht aber ich fürchte dass die Leute sich hier ganz schön verstecken auch wenn dieses Versteck hinter diesen Bäumchen nicht wirklich gut war aber ich will ja nicht so sein es sind super Mutanten es sind nicht die schlauesten wenn sie sich denken da ist ein Busch da verstecke ich mich dahinter ja dann ist das halt so ist ein bisschen blöd gelaufen dass der Busch natürlich keine Blätter hatte aber hey Versteck ist Versteck ist voll? ne ein sinnvoller Knopf ich befürchte dass da etwas drin ist wir werden da gleich mal reingucken aber vorher ok ok hier kommen wir rein oh ein hotdog alles klar nein nein bitte kein bug haha danke Bewerbung für Wettogar ich weiß dass viele von ihnen in dieser Region aufgewachsen sind und sich Sorgen machen wer alles in Wettogar aufgenommen wird aber die Voraussetzungen dafür werden von der obersten Managementriege die diktiert wir haben sogar einige Vollzeitangestellte von Robco aus der ganz aus der engeren Auswahl gestrichen General Atomics International wir wissen dass sie bei Robco glücklich sind und wir würden nicht im Traum daran denken Angestellte von unserem von einem unseren Partnern abzuwerben dennoch glauben wir dass sie mit ihrer Expertise bei General Atomics International besser aufgehoben werden wir würden uns freuen wenn sie unser Angebot überdenken ganz unverbindlich ach ein bisschen Schleichwerbung reingehauen ne und äh mit diesen Leuten aus Robco die nicht angenommen wurden ist bestimmt dieser Wahnsinnige gemeint 100 pro das war zu tief ok hat keiner gesehen weiß nicht gut so aber ich habe eine Aufgabe und zwar ist hinter dieser Tür bestimmt jemand oder etwas was zu Preis warum kein Kübelkopf hier ihm würden die Beine abreißen das war vielleicht ein bisschen lauter aber wir haben ihn gefunden ok dann müssen wir jetzt als nächstes hier hoch nix gewesen von da habe ich doch gerade jemanden umgebracht hier kann doch gar keiner sein wieso verstecken die sich alle von mir was ist denn da los Ist mir auch egal jetzt. Wir gehen jetzt hier rein. War das nicht die Tür? Ein Klemmbrett. Offensichtlich nicht. Okay, wir wurden verarscht. Ach, die andere Tür. Blob, war die Tür weg. Ein Projektor. Okay, ich vermute mal. Hey, ich spüre mich nicht ein. Alles klar, wir kommen wieder raus. Kaffee, okay. Wieso nicht? Wer so viel Kaffee braucht, der muss auf jeden Fall wahnsinnig sein. Bild scannen. Bild wird gescannt. Scan abgeschlossen. Wird übertragen. Fehler, Fehler. Übertragungsfunktion kann nicht verarbeitet werden. Holoband wird gedruckt. Wird gedruckt. Druck abgeschlossen. Bitte nutzen Sie das Holoband für eine manuelle Aktualisierung. Einen schönen Tag noch. Bringe das Antiviren-Holoband zu Kiba. Alles klar. Nachricht an die Mitarbeiter. Aber warte, wir gucken jetzt mal. Wir müssen von unten anfangen. Hallo. Wir möchten Sie freundlicherweise daran erinnern, Ihre Marken jederzeit offen einsehbar zu tragen. Damit meinen wir Sie. Ganz ehrlich, in welcher Abteilung Sie arbeiten, wie lang Sie schon hier sind, ob Sie in Vollzeit oder Halbtags angestellt sind, ob Ihr Name an einer Tür steht oder ob Sie einen eigenen Parkplatz haben. Jeder muss sich an diese Regel halten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 3 der Grundsätze und Richtlinie für Mitarbeiter. Wie immer können Sie mich gerne anrufen, falls Sie weitere Fragen haben. Vielen Dank. Fünfter, Fünfter. Scott, herzlichen Glückwunsch. Ich bin mit Ihrem Vorschlag an die Direktion herangetreten und die Genehmigung erfolgte fast einstimmig. Der Abweichler würde Sie nicht überraschen. Ich habe der Direktion versprochen, dass es sich dabei auf jeden Fall um ein Freizeitprojekt handelt und in keiner Weise Auswirkungen auf Ihre normalen Pflichten hat. Dass Sie vorhaben, daran von zu Hause aus zu arbeiten. Du Dich nur verstellten, kleiner Büstfink. Zum Glück ist die Tür abgeschlossen. Ich habe der Direktion versprochen, dass Sie sich dabei auf jeden Fall um ein Freizeitprojekt handelt und in keiner Weise Auswirkungen auf Ihre normale Pflichten hat. Dass Sie vorhaben, daran von zu Hause aus zu arbeiten, habe ich jedoch nicht erwähnt. Ich vertraue darauf, dass Sie Ihr Terminal ordnungsgemäß abgesichert haben und nur verschlüsselte Verbindungen zwischen Ihrem Heim und Arbeitsterminal zulassen. Ein Freund aus der Rechtsabteilung hat sich mal Ihren Arbeitsvertrag angeschaut. Offenbar wurden Sie damals noch zu Wild-West-Zeiten eingestellt und sind im Grunde genommen unantastbar. Aber hängen wir nicht an die große Glocke, woran Sie arbeiten. Wir können es uns nicht leisten, dass wir auf irgendwas aufmerksam machen und die Personalabteilung unsere gesamten Verträge nachverhandeln will. Viel Glück und vergessen Sie nicht, wer Ihre Freunde sind, wenn der ganze Laden Ihnen gehört. Nachdem mit Ihrer Erfindung Millionen verdient wurden. Lisa M. Fields Endsoft Du sollst das Leben verloren Hallo Hallo Eine neue Stufe Ja, nice Wo ist der letzte? Das ist ein Nervensegen So, weiter geht's Äh, 4.6.77 Turner Was machst du mit dieser Kamera? Ich habe ein Gerücht gehört, dass du ein Programm schreibst, um damit Gesichter zu scannen. Ist das wieder so ein Nebenprojekt oder von Robco abgesegnet? Und warum kriegst du überhaupt irgendwelche Nebenprojekte? Kief 9.12. Ich werde Ihnen eine offizielle Nachricht schicken. Antworten Sie nichts Dummes darauf, okay? Denken Sie gut darüber nach. Leiterin der Abteilung für Mitarbeiter, Fragen und Moral Nachricht an die Mitarbeiter Dem Vorstand ist zu Ohren gekommen, dass sie womöglich einen oder mehrere der Demonstranten kennen, die unsere Militärkonvois blockieren. Wenn das zutrifft, wäre der Vorstand äußerst aufgeschlossen und dankbar für jegliche Informationen, die sie bezüglich dieser zunehmenden hinderlichen Vorfälle an uns weitergeben. Leider keine Korrespondenz. Na gut Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder, dann leveln wir auf und bringen das Antiviren-Holoband zu Kiba. Haut rein, euer Zero. Tschüss. 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 Vielen Dank.